Ey, was denn hier los? Bist du da, Broxo? Guck mal, was ist das? Oh mein Gott, wir sind hier irgendwo in dieser einen Fabrik. Aber was ist das für eine Fabrik? Ach so, so Toyser Ass, oder was? Oh! Dieser Hase, kannst du dich noch an den erinnern? Nein, wer soll das sein? Ich weiß nicht mehr, wer das ist. Oh, was ist mit dem? Was macht der? Oh! Oh, nein, nein, der foltert uns an uns, Alter! Aua! Oh! Wo sind wir denn jetzt? Ich glaube, wir wurden eingefangen oder sowas. Ich glaube auch. Guck mal, sieht aus wie bei Squid Game gefühlt schon. Du hast recht. Auch hier so eine, guck mal hier. Was flackert denn das Licht auch? Das Licht ist aus. Oh nein, da hat der Fernseher. Guck mal, was ist das? Was wird da angezeigt? Okay, mal gucken. Was ist da? Können wir jetzt da im Fernseher gucken? Erst mal dieses Auge. Das ist ein Auge. Das ist ja ganz, ganz gruselig. Hä? Was? Also, Neil, wie heißen die noch mal? Einhorn. Wahrscheinlich Neil, oder? Ich wollte gar nicht Neil, oder? Ich wollte gar nicht Neil, oder? Ich wollte sagen. Also, echt? Und jetzt haben wir den Einhorn, oder was? Wo soll ein Einhorn sein? Das sieht doch süß aus, sag mal. Kann man das streicheln, oder wie? Aber das Einhorn hat einfach so ein komisches Einhorn, ne? Das sieht so bunt aus. Das ist, glaube ich, ein Zweihorn, oder sowas. Das ist ein anderes Einhorn. Nee, niemals. Aber was soll das denn sein? Ah! Was ist denn das da? Hä? Das ist doch ein Foto von deiner Oma. Nein, von deiner. Ich habe ja genau gesehen. Oh Gott. Ich wollte sagen, jetzt ist das Licht wieder angegangen. Okay, neues Ziel. Du wirst jetzt anscheinend die Kindertagesstätte erkunden. Ah, guck mal, hier geht's weiter. Ja, hier vorne geht's weiter. Ist hier noch irgendwas krass? Guck mal, da vorne ist so ein riesiger Baum. Da kann man reingehen. Wollen wir da rein? In welchen Baum? Da. Hier vorne ist so ein Baum, so ein Baum. Lass mal reingehen, lass mal reingehen. Alter. Hier fühlst du eine Treppe nach oben. Okay, ich komme nach oben. Ja, was meinst du, ist da oben? Meinst du, da ist irgendwie ein Geheimversteck? Alter, hier ist voll noch überall Müll. Das stinkt hier auch alles. Das ist ja ein Bürger-Shot und so. Okay, lass mal weitergehen hier. Mal gucken, was wir hier noch so haben. Da geht es doch noch rüber. Das ist richtig groß, Alter. Es ist echt mega, mega. Hä? Wer ist das denn? Wer ist das? Das ist der Mega-Noob. Alter, du hast recht, so ein Dicker. Hä? Der Platz, der Faser. Ey, Noob, was geht ab? Guck mal, der frisst hier ganz viele Bürger. Die verbeugen alles vor ihm. Stimmt, der frisst hier ganz viele Bürger und trinkt nur Cola. Ist voll ungesund. Kein Wunder, dass er dick ist. Was ist das jetzt hier? Ist das Bücher? Nee, das sind Pizzakartons. Ach was. Ach was. Guck mal, hier noch rüber. Auch nicht schlecht, ne? Der ist ja richtig fett. Aber kann der jetzt doch irgendwas machen oder Befehle oder sowas? Guck mal! Dann, König, ein Burger aus der Cafeteria und gehen ins Fitnessstudio, um loszulegen. Okay, okay. Wo ist denn jetzt nochmal die Cafeteria? Da hinten war die irgendwo, ne? Dann komm, ja genau. Wir müssen jetzt hier rausgehen. Dann müssen wir zur Cafeteria jetzt anscheinend gehen. Sind wir schon da, oder was? Ja, hier irgendwo muss sie doch sein. Nee, die war ja irgendwo, irgendwo unten war die hier. Ja, äh, hier irgendwo? Hier vorne, oder? Da hinten, da hinten, da hinten. Ja, da hinten ist die da, oder nicht? Hier müsst ihr durchgehen, hier müsst ihr durchgehen. Ah, okay, okay. Ich glaube, da ist ja die Cafeteria und dann müssen wir ins Fitnessstudio oder sowas gehen. Ah, nee. Das ist ja auch. Doch, aber hier ist das Fitnessstudio. Ah, ne Lampe, ne Lampe. Hier müsst ihr durch. Ah, okay. Müsst ihr durch? Ich glaube, ja, da müssen wir rein. Und jetzt? Ich bin reingegangen. Ich auch. Oh Gott, oh Gott. Ganz viele Spinnweben. Das ist auch gerade. Oh mein Gott, was war das denn? Was war das denn? Das sah aus wie ein Monster. Ist weg, ist weg, ist weg. Das sah echt, das sah echt, das ist ein Monster. Hier lang jetzt, okay, hier vorne, oder was? Man kann das gar nicht sehen, es sah weg, wie kapitrieriert. Boah, ich habe welche im Mund bekommen, eklig. Hier lang jetzt? Ich glaube hier, oder? Ja, das ist ja der Gang zur Cafeteria, glaube ich. Ich glaube auch. Geh, mach die Tür auf jetzt hier. Mach auf, hier. Oh! Was? Was ist das denn für eine? Lauf, 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 lauf. Lauf, schnell. Kinderzone, Kinderzone. Oh mein Gott. Jetzt hier lang, hier lang, hier lang. Können wir durchgehen? Jetzt aufmachen, aufmachen, aufmachen. Hast du aufgemacht? Ich gehe nicht, ist geschlossen. Okay, lass jetzt hier rumgehen. Vielleicht können wir dann hier rumgehen. Glaubst du? Ah, hier, die Cafeteria, endlich. Oh, guck mal, hier ist ganz viel Fleisch. Gratis Burger hier. Ja, nee, ähm. Ah! Oh nein! Ey, wo hast du denn denn genommen? Ich habe den genommen und jetzt wurde ich irgendwie da gefangen oder sowas. Du auch? Wo hast du denn genommen? Das hat man auch gesehen. Da ist was, da sind Augen. Was ist das denn, Freddy, oder was? Ich glaube, das sind diese Spinnbeine, die ich eben gesehen habe. Guck mal, da siehst du auch ganz leicht das Bein. Ja, stimmt. Hä? Oh mein Gott, nein. Alter, der hat uns auch nicht gegessen. Oh nein, was ist denn jetzt? Hä? Wo sind wir? Oh mein Gott, lauf! Lauf, lauf. Lauf einfach um dein Leben. Oh nein, muss von oben laufen. Oh nein. Oh nein, hier durch, hier durch, jetzt hier rechts. Hier durch, hier durch, hier durch. Pass auf die Bahn auf, pass auf die Bahn auf. Pass auf die Bahn auf, auf die Bahn. Oh nein! Auf die Bahn! Auf die Bahn! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott, nein! Ich habe es nicht, ich bin tot! Als ob du immer stürmst, wie schlecht bist du denn? Ich bin gestorben, ich muss neu laufen, schnell! Oh mein Gott. Kann ich hier rüber springen? Ich bin vor euch, ich bin vor euch. Ich bin vor euch, ich bin vor euch, alles gut. Ich sehe den direkt hinter mir. Ich sehe den direkt hinter mir. Alter! Oh mein Gott, okay. Ey, lass mich! Habe ich es geschafft, ne, wir haben noch nicht. Ey, hier sind einfach so alle auf dem Boden. Oh mein Gott, der kommt, der kommt! Was, warum bin ich denn? Warum bin ich denn? Ich bin einfach so gestorben auf einmal. Jetzt muss ich hier springen, oder was? Springen! Nein! Ich bin auch gestorben. Du bist schon wieder gestorben? Ja, das ist voll schwer. Voll einfach. Das ist gar nicht einfach, das ist voll schwer. Jetzt muss ich hier die Haie überleben, ne? Hier auf die Steine drauf. Ey, hier spawnen die ganze Zeit so Haie auf dem Boden. Oh mein Gott. Oh, rüber jetzt! Ja, ich hab mich, hab mich. Okay, der eine Haie hat mich eben gekillt. Okay, jetzt verstehe ich. Aha, aha, aha. Was sind das für Haie hier? Wow, die Haie! Oh mein Gott. Ausweichern! Das ist der kommt, der kommt! Ich bin in... Oh nein, doch, nein nicht. Ich muss weiter, ich muss weiter, ich muss weiter. Ich bin in so einer Dingswelt. Wo bist du, wo bist du? Äh, hier sind so... Wo muss ich jetzt hier rein? Oh mein Gott! Die Wolken! Ich weiß, ich bin auch bei den Wolken. Nein, hier über den Regenbogen, über den Regenbogen. Nein, 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 nein. Das ist voll schwer! Nein, ich bin draufgegangen! Schon wieder? Mit dir nicht von ganz unten auf. Ich muss mit der Wolkenwelt noch einmal anfangen. Schnell, hier springen. Spring, spring, springen. Das Molte ist direkt immer noch hinter mir. Ey, ich schaff den Sprung nicht, ich sterb da! Hier durch, hier durch. Alter, das war so schwer, gerade. Ey, Alter! Der war so nah ran. Ich hab's! Ich bin irgendwie runtergefallen und hab's geschafft. Nee, ich hab's geschafft. Ach, der hat mich gerettet. Ich hab mich alle in meinen Rucksack gepackt. Oh mein Gott, Alter, korrekt. Ey, ich hab nur noch ein Leben. Es war so knapp die ganze Zeit, ne? Ja, ich hab mich alle gerettet. Weißt du, was das Problem war? Weißt du, was das Problem war? Ich musste den ganzen Parcours... Ich musste ihn rückwärts laufen und spring mal rückwärts. Das war gespiegelt alles. Warum musst du ihn rückwärts laufen? Der konnte nicht vorwärts laufen bei mir. Nee, mach das Motherboard voller auf. Oh mein Gott. Oh, okay, okay, öffnen. Und jetzt? Äh, wie soll das denn jetzt gehen? Wir müssen jetzt der Wind durchspielen. Äh, sind wir der Rot... Oh mein Gott, ich hab... Hä? Huch. Äh, musst du es machen, oder was? Ich kann das nicht machen. Ich darf mich die Dinger berühren, nicht die Teile. Ja, du musst es alleine machen, glaub ich, grad. Ich hab hier zwar diese Anzeige, aber ich kann's nicht machen. Ich schaff's jetzt. Ich schaff's jetzt. Hm? Ja, ja, ja. Du hast genug Zeit. Du hast unendlich Zeit, glaub ich. Und dann hast du's, glaub ich, geschafft. So. Ja? Sehr gut, sehr gut. Jetzt hast du weniger Leben. Sieben Sekunden nur noch. Hast du gestammt? Die muss wieder... Pass auf, die killt jetzt gleich. Drei. Zwei. Oh mein Gott. Nein. Wir brauchen neun Köder, wir brauchen neun Köder. Oh oh. Wir brauchen echt neun Köder? Oh nein, müssen wir uns neun Köder holen irgendwo, und dann müssen wir wieder an die Spinner rein. Ich weiß, wo die Köder sind. Okay, okay, sehr gut. Dann lass mal neun Köder holen, und dann die wieder ran da. Hier lang, so, zack. Hier unten. Das geht dann. Und... Boom! Auch gegeben. Ja! Wir haben sie besiegt. Was? Oh mein Gott, wir sollen... Komm schnell, der Bot ist ja kaputt schnell. Der Bot glitscht. Wohin, 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 wohin? Wo können wir jetzt entkommen? Warte, komm hier, komm hier, komm hier. Ja, ja, safe, 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 safe. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Hier lang, oder was? Oh, der Bot glitscht. Jetzt kommen wir hier durch die Tür gehen, oder so? Ja, jetzt müsste eigentlich der Arzt verlaufen. Ich hoffe es, ich hoffe es, kommen wir da raus. Ja, safe hier durch, oder? Ja, wir müssen auf jeden Fall jetzt hier... Hier durch, hier durch, hier durch. Hier durch den Lüftungsschacht. Ja, ja, hier durch, hier durch. Okay. Sehr gut. Jetzt hier... Wow! Was war das denn? Was hast du denn gehabt? Alter, da war auf einmal... Oh mein Gott, was ist denn jetzt los? Oh nein. Oh mein Gott, wir müssen uns verstecken. Oh Gott, wir müssen uns verstecken. Oh Gott, wir müssen uns verstecken. Oh Gott, wir müssen uns verstecken. Schnell! Nach oben, nach oben, schnell! Ich bin oben, ich bin oben. Wollen wir uns hier drin verstecken im Spinnloch? Ob das so sicher ist? Meinst du nicht? Oh nein. Mach die Lampen aus! Lampen aus, Lampen aus! Alter! Oh mein Gott, raus! Der ist voll da drin! Raus! Der verfolgt dich! Er hat mich geholt. Nein, ich glaub's nicht. Nein. Oh nein. Kannst du respawn? Ja, ich hab respawned. Ich hab respawned. Okay, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Hier lang. Jetzt ist doch ein bisschen heller hier drin. Ah, lol. Okay. Gut zu wissen. Lauf, lauf! Wir müssen die überleben. Wir müssen halt irgendwo hin entkommen. Oh stimmt, es ist hell draußen. Alter, hier sind überall die Spinnen. Lass entkommen aus der Hüftbocken und dann raus hier. Lauf! Lauf! Oh nein! Oh mein Gott, Caspar! Oh nein! Er kämpft jetzt! Oh nein! Ich glaub, der Typ will schon wieder... Guck mal, der kämpft! Oh mein Gott, mit dem Boot! Sein Schiff! Sein Schiff hat die überfahren! Oh mein Gott, guck dir diesen epischen Kampf an! Und boom! Oh nein! 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 Es sieht schlecht aus für ihn! Es sieht ganz schlecht aus für ihn! Nein! Es sieht mega schlecht aus für ihn! Oh mein Gott! Was? Jetzt gerade wurde gegessen! Ich glaub's nicht! Was sollen wir jetzt tun? Was? Was sollen wir machen? Oh mein Gott! Geh und melde deinen Versagen dem König! Oh nein! Verdammter Axis, sollen wir auch noch zum König gehen hier vorne, ne? Der war doch hier irgendwo! Das will ich jetzt aber gar nicht hingehen zu dem! Oh Mann! Herr König! Herr König! Herr König! Herr König! Rein hier! Und was sagt er jetzt? Wir haben versagt! Wir haben leider keinen Burger für ihn geholt, ne? Aber erst! Ich glaub jetzt wird er mega sauer! Oh! Was ist denn jetzt los? Seite mit einer Fraktion, die der während der Schlacht hilft! Also wir müssen auf jeden Fall hier jemanden finden! Ah! So ein Team finden, oder was? Ah! Okay, okay, okay! Raus hier erstmal! Aber, ja! Gute Frage! Wen nimmt man denn da am besten, ne? Also entweder haben wir jetzt hier die mechanische Fraktion! Ja! Gewährte zusätzlich die Gesundheitsrüstung während des Kampfes! Ja! Die nehmen wir, die nehmen wir, oder? Oder wen haben wir noch? Die Leute-Fraktion gewährt dir langsame Gesundheitsregulation während des Kampfes! Komm! Lass uns die mechanische nehmen, oder? Oder da hinten haben wir noch eine? Wir haben noch gar lange angeguckt! Chill doch mal! Ja! Ist ja gut, ey! Ist ja gut! Was haben wir noch hier? Die Leute-Fraktion gewährt dir zulässige Geschwindigkeit im Kampf! Ah! Ja! Welche wollen wir nehmen? Ist eine gute... Ich glaub ich würde die mechanische trotzdem nehmen! Weil die irgendwie... Eine bessere Ausrüstung und sowas! Das ist schon nicht schlecht eigentlich! Ist echt gut! Dann lass die hier nehmen! Ich kann schon mit dem Typen! So! Zack! Beitreten! Oh! Es geht los! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Guck dir diesen Kampfring an vor uns! Wir müssen einfach in einem heftigen Todeskäfig kämpfen! Oh mein Gott! Und da ist doch schon Blut auf dem Boden! Oh mein Gott! Oh Gott! Und was mit dem Typen hier? Der macht dir die Ansagen! Oh nein! Es geht los! Anscheinend schon! Ja! Ich bin wirklich gut vorbereitet! Gegen wen kämpfen wir vor allem jetzt! Oh! Oh nein! Da kommt er jetzt! Der schlechter! Der schlechter! Oh mein Gott! Was? Der schlechter! Wow! Oh mein Gott! Was? Was ist das denn für einer? Einfach so ein Ultraspielzeug! Oh nein! Da ist er! Ganz dunkel! Lorax! Der unbesiegte! Oh! Ich habe ihn geboxt! Ich habe ihn geboxt! Au! Du kannst ihn boxen! Jetzt schnell! Aua! 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 Alter! Alter, was macht der? Der macht die Motorsäge! Der macht die Motorsäge! Der macht die Motorsäge! Ich bin fast tot, Kasper! Oh Gott, ich auch! Oh mein Gott, er geht auf dich! Pass auf! Denkt auf mich! Die anderen müssen jetzt mal rangehen! Da, los! Die Motorsäge! Der geht die Motorsäge! Der geht die Motorsäge! Der geht auf mich! Der geht auf mich! Der geht auf mich! Ich laufe da schon die ganze Zeit weg! Ich hau ihn weg! Ich hau ihn weg! Aua! Hau ihn weg! Jetzt aber jetzt! Auf ihn! Pass auf! Aua! Oh mein Gott, ich bin ausgewichen! Oh mein Gott, jetzt aber jetzt! Oh mein Gott, Motorsäge! Pass auf! Pass auf, Motorsäge! Oh mein Gott, er killt die da! Alter! Ich hab ein Leben nur noch! Ich muss chillen jetzt! Ich kann nichts mehr machen! Au! Aua! Aua! Komm schon! Ihr müsst ihn nur noch boxen! Ihr müsst ihn nur noch boxen! Komm schon! Aua! Oh mein Gott, pass auf! Ich boxe doch schon! Mein, er hat einen gekillt! Ey, der verrückte boxe ich jetzt hier! Aua! Oh nein, er ist respawned! Er ist respawned! Er ist respawned! Aua! Er hat mich auch gekillt! So, jetzt zieh jetzt schnell wieder auf ihn rauf! Schlag ihn! Schlag ihn! Ich muss ihn respawnen hier für Robux! Oh oh! Zack hier! Und! Ich bin wieder am Start! Oh mein Gott, ich hau ihn ordentlich! Und boxen! Richtig rein! Achtung, Motorsäge! Boah! Muttersäge! Ah! Alter, pass auf da! Ja, 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 ich seh's schon! Ich boxe ihn, ich boxe ihn! Lenk du ihn da schön ab! Lenk ihn ab, lenk ihn ab, lenk ihn ab! Oh mein Gott, ich boxe ihn so krass gerade! Ich boxe ihn auch auf! Ja! Motorsäge! Motorsäge, boxe ihn dabei! Ich boxe ihn, ich boxe ihn! Boxe ihn! Er ist gleich tot! Jetzt komm schon! Ich hau ihn zu brei! Pass auf! Oh mein Gott! Ah! 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 Die letzten Millimeter! Die letzten Millimeter! Oh mein Gott! Oh ja! Ja! Ich habe ihn tot geboxt! Wir haben ihn besiegt! Was ist das? Eine Spritze? Hä? Was? Was macht der? Der World Champion hat sich die Spritze gegönnt! Und jetzt ist er lieb geworden oder was? Oh nein! Was? Er hat wieder volles Leben! Er hat neue Attacken! Oh nein! Und ich habe nicht volles Leben! Verdammte Axt! Ja! Ja! Wir haben ihn noch einmal! Ah! Oh mein Gott! Ja! Was ist mit ihm los? Was macht der? Ja! Was macht der? Wow! Was hat er da denn aktiviert? Alter! Was war denn jetzt los? Haben wir ihn so ein... Gute Frage! Irgend so ein krasser Kampf! Freunde! Wir haben es geschafft! Wir haben das Monster besiegt! Wenn es euch gefällt! Lass mir gerne mal ein Like und auch ein Abo! Natürlich gefällt es dir gerne! Also wir sehen uns morgen im nächsten Video! Bis dann und ciao! Ciao!